Windows Updates werden konfiguriert. Ich frag mich, wie lange das für dauern wird. Jahre! Jahrzehnte! Kannst dann nächste Woche vielleicht das Ding ausprobieren. Wir kommen zurück zu Crash Bandicoot. E-Typen, halt machen mich halt fertig, wa? Hey, das war ein cooler Trick, wenn mir gefallen. Oh Gott, bitte tut ihr mich nicht. Ui! Ui! Das war ein cooler Trick, den ich so gar nicht wollte. Oh, nein! Ach, ne To- ne Todesplattform! Eine Todesplattform! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zeitlich bedingt, oder warum ist das hier so gemacht, wie es gemacht ist? Eieieiei! Mit Todesplattform, das wird ja längst Spaß noch, ey! Mach ich dann lieber mal direkt hinterher. Eieieiei! Böse! Boah, Glückwunsch! Der Zeltende da... hei 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 als ob ich bin extra nach links gegangen damit ich ihn nicht treffe wenn die angeht und die ganze Zeit mir anruft oder so ja Crashdiff wenn er im tiefen Wasser ist aber kann tauchen echt so war das war dumm scheiße da ist ein hartes Level vor allem ein langes Level kein Akku mehr den beschützt da muss mehr gleiten gleiten ist gar nicht so schwer wäre ja gar nicht so leicht würde ich da sogar hingleiten was meint ihr kann ich halt wirklich ich bleibe lieber noch mal ne Runde hier das wird die Hölle heute Relikte na dann kann ich ihn mir abschminken glaube ich ahhh deine Mutter bei diesem Level wie viele Kisten fehlen wir noch 30 das schaffe ich doch nie das schaffe ich einfach nie das schaffe ich einfach nie Brrrrrrrrrrr רrrrrrr integrity tension schaffe ich noch das wars doch noch ne ich gleite lieber nicht sonst klatscht ich immer mal am Deckel und dann klappt auch nicht oder so das hat ihm nicht geklappt brirrrrrrrrrr.... sag ich sie dass es die Hölle wird wenn ich das dann Na, wenn ich's dann auf Zeit versuche... Na, wohl vielleicht... Oh, doch! Sehr schön. Der blaue Edelstein, ne? Den kriegen wir für die Todesplattform, na herrlich. Na herrlich. Das ist der nächste Auftrag, wa? Ach ne, wir müssen jetzt mal Engine planen, okay. War ja schon das letzte, ich dachte, das war ja das vorletzte. 88, ja. Na dann! Oh, okay. It's Koko's turn. War so richtig schlechtes Deutsch. It's Koko's turn. So, du willst also kämpfen? Wir werden ja sehen, wer hier zum alten Eisen gehört. Altes Bügeleisen. Kaffeebecher. Kaffeebecher. Zerbeil mich, Bandicoot! 3, 4, 6. Warte, 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 warte. Yo, Alter. Ich bin ein bisschen insecure darüber, was ich treffen soll. Wow. Habe echt viel geschafft. Länge im Arsch. Alter. Da muss man irgendwie alles irgendwie treffen. Hauptsache, treffen. Die gelben Bereiche halt, ne? So, wenn ich ihn verstanden war. Okay, ein... Ja, die beiden von ihm ist weg. Die hat schon wieder so ne. Ah, fuck. Hä? Wie endlich ich wieder so ne Gerätschaft hat, wollte ich sagen. Da! das ging aus die bänden sind nach dem ende und überlesstet wieder von sich was soll es geht noch weiter Ja, Halperloon. Sie laufen in Edelstein. Ich will den Edelstein haben, man. Aua. Ah Gott, das ist halt wie beim anderen Engine. Das ist halt ein bisschen langartig. Ich bin nur noch gar nicht so schwer, aber wenn ich jetzt sterbe, muss ich halt alles normal machen. Und das ist dann halt eher nervig, weil es sich ja groß fordert. Aber gut. Ich glaube, ich kann mich dazu schlecht äußern, weil ich finde irgendwie alles immer nervig, wenn ich ein Video spielen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ich hoffe nicht, dass er noch eine dritte Phase oder so hat. Ah fuck, jetzt lass ich mich nochmal einfach auf Treff gehen. Sollte ich halt nicht, was? Mann, fuck. Ich weiß nicht, wie ich den Dingern da ausweiche. Ich kann auch gedrückt halten. Oh mein Gott, ich drück die ganze Zeit immer neu drauf. Bin ja blöd. Ah, jetzt bin ich Geschichte gleich. Alter! Da passiert nicht viel, so. Wahrscheinlich haben alle Dinger von denen, die haben ja viel Leben. Ja gut. Ja gut. Ey, da hab ich den super auf angehütet hab' so. Ohhhh! Boah, diese komischen... Ah Mist! Eh, die Steine sind nervig. Na gut, na gut. Na, das ist ganz spaßig eigentlich. Ja, okay. Okay. Ich lass mich mal direkt töten, ne? Das Ding ist halt ein Böses. Oh, man leckt mich doch. Kann man hier theoretisch wieder... Ne, ich kann das nicht umstellen. Wie bei Crash 2 die Beziehung. Was man einfach gut upteigen kann, som ich sehe an. Ja, ich kann das nicht umstellen. Wollt's Man kann die komischen Dinger doch zerstören, aber ich weiß nicht, wie es dann in die Dinger ab. Soll ich das vielleicht erst mal kaputt machen? Warum lasse ich mich jetzt von den einfachsten Gegend treffen? Ich muss mal den Abflug machen. Boah, leck mich! Ich schaff das nicht, Mann! Bin ich schlecht, Arads! Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht Hier gibt es ein bisschen nerviger Kaktai in der Mitte. Alter, das ist nervig. Der braucht halt nicht mal am längsten. So, mit 100% Energie jetzt zu gehen. Energie. Ja, das erste Lied drücken wir jetzt mal instill, schon klar. Alter! Die komischen Blitzvielteile an der Seite müssen weg. Schon mal weg, das erste. Einer betrifft mich denn jetzt auf einmal alles? Schaffe ich jetzt, komm, schaffe ich jetzt die erste Fahrt? 100% was mich hier einfach so ein Ding anstreffen oder was? Was ist denn da los? Ja, die mal hier rausgucken würde. Ja, aufziehe. Das können wir euch jetzt in der Linie machen. Spammen. Einer weg. Zwei weg. Drei weg. Kommt mir nicht gleich der letzte. Okay. Oh Gott. Nicht nochmal! Die Ansagen können nicht so schön beschädigt werden. Nicht nochmal ist falsch. Groß Bazooka, ey. Warum? Was ist daran falsch? Not again, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnte Engine dich nicht schlagen. Guck, dafür werden wir dich vernichten. Oh, mein armer Kopf. Zurzeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch fünf Kristalle und wieder durchkreuzt du meine Pläne. Oder auch nicht? Nicht nochmal. Naja, gibt es schlimme Röwe-Fehler. So, Tomb Raider. Was darf ich hier nochmal, wa? No Death Challenge. Zeitmodus. Wenn ich das schon sehe. Das wird die Öle später. Trinken wir meine. Kann ja schon mal für die Zeit Challenge üben. Wohl lieber nicht. Muss ja nur Death hier durchkommen. Na eigentlich. Ach Gott. Ich hab einfach vorbei rennen. Ich muss sie nicht kaputt machen. Aber wenn ich dann rennen kann, hoffentlich kriege ich dann ein bisschen das Timing besser hin. Dass dann genau dann vielleicht das Wasser unten ist, wenn ich hier anlaufe und so. Man versteht vielleicht, was ich meine. Sieht aber auch aus, ey. Komm, da war aber Zeit. So, da war doch easy. Was hab ich denn so rumgeweint? Wie die Plattform aussieht. Aber die Folge ist gleich vorbei. Die fünfte, ne? Also zwei Folgen haben wir noch. Hey. Lässt dich doch sehen. Hey. Roll doch. Alter. Rollen. Ja, okay. Das war's. Okay, komm. Dann melde ich jetzt die Folge und wir machen das hier in der nächsten weiter. Ich hab... Hab ich den Check... Hab ich den Checkpoint nicht eingesammelt vor dem Ding? Bin ich schon so grenzdebil? Ich glaube schon, ja. Na egal. Ich hab's ja immer in einem Mal betreten. Ich glaube schon. Okay. Vielen Dank.